Outdoor News Hallo zusammen, willkommen bei Outdoor News. Ich bin Sebi und wir sind hier bei Outdoor Base. Aber als erstes gehen wir jetzt auf die Lutschinnen für die Wetterberichte und Wasserstände. Hallo zusammen, hier bei der zweiten Einwasserungsstelle auf der Lutschinnen von den grossen Rapids. Und dank der Kalbform, die jetzt reinkommt, noch grosser Werte und am Sonntag auf heute super Actioning werden bereiten. Im Canyoning haben wir am Samstag und am Sonntag wieder Trachtungswetter. Es wird ein wenig kühl, aber das macht uns nichts. Hoffentlich sehen wir uns auf dem Fluss oder in den Canyons am Wochenende. Okay, jetzt sind wir hier in Ballers Herbbergen mit ca. 400 Beton, die das Wochenende alle gesetzt werden sind. Das heisst, Interlaken ist nicht nur bekannt für seine Outdoor-Aktivitäten, sondern natürlich auch für sein Nachtleben. Hier in Metro Bar geht es. Jeden findest Amst und Amst und Amst sind noch zur Sache. Speziell dieses Wochenende haben wir den Alper-Rosen-Tango auf der schienigen Platte. 78 Franken, hoch und runter den ganzen Tag. Und es sind coole Events, die oben stattfinden. Noch speziell, jede Mittwoche beim Kurshaus zu hinterlaken. Timeless-Swissness, die Schweizer Tradition vom Feinsten. Jotchen vorhanden schwingen, Alpo und Blasen, alles wird zu Herz begehrt. Verpasst es nicht. Weiter zur Untersehung auf dem Stadthausplatz. Openair Kino, Donnerstag bis Samstag, verschiedene Filme jeden Abend. Und zum Schluss, seht ihr es noch bei Action-Shots vom Skydiver von einer Woche. Also geniessen, um ein bisschen zu hinterlaken. Und zum Schluss, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen, das war's für die Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich irgendwann auf einem Raft oder in einem Canyon. Bis dann! Ja! Ich bin Sebastian. Auf Deutsch. Ja, auf Deutsch. Ah, machen wir es auf Deutsch? Ja, sicher. Willkommen zu der Autonews. Ich bin Sebastian. Willkommen bei Autor Interlaken. Nein, sag ich mal. Um einiges. Ich muss um einiges willkommen sagen, oder? Ja. Schnauzi, Dorschi und Fifi. Für das Canyoning. Besser... Besser das Wetter. Für das Canyoning. Nein, nein. Auf Ammannhoferplatz ein Interlaken. Auf Ammannhoferplatz? Ja. Auf Ammannhoferplatz. Das ist der Alphorn, Jodle, Schwanenfinger, was dazugehört. Jeder, der runterkommt, im Kunsthaus die Interlaken. Nicht zum Verpassen. Ja, noch einmal. ... ... ... ...